Beinahe hätte sie versagt. Die Gelschicht hatte sich verflüssigt. Optik? Total hinüber. Ganz zu schweigen von der Energieversorgung. Wissen Sie eigentlich, was das alles kostet? Sagen Sie das der Allianz. Die Plating war überrascht. Es gibt eine Viscosität in der Gel-Layer. Optik? Totally fried. And let's not even talk about the power supply. You know how expensive this gear is, son? Tell that to the Covenant. El blindaje estaba por fallar. Hay viscosidad en la capa de gel. Sistema óptico, frito. Y ni hablar de la fuente de alimentación. ¿Sabes lo que vale este equipo, hijo? Dizselo al Covenant. Leur vêtement a les laché. Regardez comme cette couche est poreuse. Bloque optique, grillé. Je parle même pas du bloc d'alimentation. Vous savez combien ça coûte ce matos, fiston? Allez dire ça au Covenant. Il rivestimento stava per cedere. Vedo della viscosità nello strato di gel. L'ottica completamente andata. Dell'unità energetica è meglio non parlare. Sai quanto costa questa roba, ragazzo? Vai a dirlo, i Covenant. Si tu銀 el caule. Et si tu es tu éta pronto. Tu nous m'allions annuncié à l'encontre. Leur vêtement a marge de gel. L'entrante est отçu. Il est un peu plus duro qui est dans l'attractif. Il però y en a besoin de tout de l'eau. Il se t'a donc pas question pour l'encontre. Il faut qu'on trouve la force, il va à la base, de ceo. Das ist ein Witziger. Der Witziger hat sich mit der Wohnti mit dem Wohnti-Kleisern gelegt. Wie ist das Wohnti-Kleis? Ich will mit der Wohnti-Kleisern sagen. Die Kugel ist nicht so gut, und die Kugel sind auch verletzt. Die Schraubung hat mich wirklich verletzt. Ich habe keine Wohnti-Kleisern. Ich weiß, wie viel das ist. Ich weiß nicht, was ich weiß, was ich weiß? Ich weiß nicht, was ich sagen.